war da nicht einer gepinkt gerade hier bei mir ist eins wackeliger versiegeln ist gut dass sie es versiegeln dann nicht einfach kann man einwerfen dann versiegeln wir auch Fakt ist er nicht getroffen. Alter. Geh weg, geh weg. Nice. Gut, den haben wir weg. Wo müssen wir jetzt? Wo? Da. Wie hast du das gesehen? Schwierig, ne? Ja. Ach, du hast nur den... Ist das ein Gegner? Nee, was ist das? Das ist ein Gegner. Ah, okay. Na, okay, da kommt jetzt einfach ein 500er rein, ha? Ja, okay. Da ist es, was da ist. Vielen Dank.